Eine starke Rauchentwicklung sorgte am Donnerstagabend auf der B10 in Höhe des Mittelkais in Stuttgart-Hedelfingen zu Sicht- und Geruchsbelästigungen. Der Grund dafür war ein Brand eines Müllhaufens auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens im Stuttgarter Hafen. Horst Sünderhauf, Einsatzleiter der Feuerwehr Stuttgart, beschrieb uns den langwierigen Einsatz. Alarmiert worden sind wir aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus einem Abfall-Recyclingbetrieb. Daraufhin wurden entsprechende Einsatzkräfte von der zuständigen Feuerwache abgeordnet. Die haben festgestellt, dass es sich um einen Abfallhaltenbrand in Größenordnung 10x10 Meter in 5 Meter Höhe handelt. Es wurde die Alarmstufe erhöht, sodass insgesamt zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr für die Brandbekämpfung eingesetzt wurden. Und parallel, weil das in Gewässernähe ist, wurden dann noch Einsatzkräfte für die Löschwasserrückhaltung und zur Absicherung des Neckars vom rücklaufenden Löschwasser eingesetzt. Und die verwaisten Feuerwachen, das ist hier die Feuerwache 3 und Feuerwache 1 in der Innenstadt, sind durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Also das war eine starke Rauchentwicklung, auch schon mit Flammenbildung. Das konnte aber durch Vorname von drei Löschrohren und einem Wenderohr über die Drehleiter sehr schnell niedergehalten werden. Das Problem ist jetzt natürlich, dass die tiefliegenden Glutnester da drin sind und diese Halte jetzt mittels Bagger, Radlader auseinandergenommen werden müssen und Stück für Stück abgelöscht. Also der Neckar, da haben wir entsprechende Blasen gesetzt. Das war soeben dabei, dass leichte Schaumkronen sichtbar waren, die aus Zuflussrohren. Da haben wir entsprechende Blasen gesetzt, die Kanäle abgedichtet, somit ist alles in Sicherheit auf dem Neckar. Zusätzlich unterstützte das Recyclingunternehmen mit einem Hafenbagger die Lösch- und Umschichtmaßnahmen. Mit Messfahrzeugen wurden Schadstoffe in der Luft gemessen. Es konnten aber keine Schadstoffbelastungen gemessen werden. Über 60 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren im Einsatz. Zur Absicherung war der Rettungsdienst und für die weiträumigen Absperrmaßnahmen die Polizei und Wasserschutzpolizei vor Ort.